Hallo, mein Name ist Barbara Ward. Ich bin Online-Redakteurin und Autorin. Ab und zu kommt da auch mal das ein oder andere Fachbuch bei rum, aber in erster Linie verstehe ich mich mit Leib und Seele als Onlinerin. Ich arbeite jetzt schon seit zehn Jahren mit Facebook und habe in der Zeit schon so an die 30 Fanseiten betreut und dabei höre ich immer wieder den gleichen Satz, nämlich ach so ein Facebook-Posting, das ist doch schnell erstellt, das sind doch nur ein, zwei Sätze. Tja und darum ist es dann so, dass dann Facebook und die Betreuung der Facebook-Fanseite irgendjemandem im Marketing aufgedrückt wird, der eigentlich eh schon viel zu viel zu tun hat. Wenn man dann aber erst mal anfängt, so eine Fanseite zu betreuen, dann merkt man ganz schön schnell, dass einem da auch die Puste ausgeht. Dann fehlt es nämlich an Themen und Ideen, die Fans werden immer anspruchsvoller, dann braucht man vielleicht mal Bilder oder es muss ein Video her und der Chef, der will natürlich Fanzahlen sehen. In meinem Praxis-Workshop Facebook gehen wir genau diese Schwierigkeiten ganz konkret an. Ihr lernt, wie ihr eine Fanseite langfristig mit gutem Content befüllt, welche Inhalte bei den Fans gut ankommen, auch wie ihr ein Posting, ein erfolgreiches Posting formuliert und natürlich auch, wie ihr eure Reichweite ganz gezielt steigern könnt. Ganz zum Schluss schauen wir uns übrigens auch noch an, wie man mit negativen Feedback umgeht. Aber keine Sorge, der Shitstorm bleibt meistens sowieso aus. So oder so, meldet euch an, es wird ein spannender Tag und ich freue mich auf euch hier im Startplatz. homeowners a bee und Bis zum nächsten Mal.